Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Ich bin Basti und das ist mein Announcement kurz vor der Gamescom 2016. Ja Leute, die Gamescom geht diese Woche endlich los. 2016, es ist wieder soweit. Ab Mittwoch geht's los und dann wie immer bis Sonntag. Und ich will euch heute mal erzählen, was bei mir jetzt diese Woche so geplant ist. Und ich hatte ja auch schon am Freitag ein Ankündigungsvideo gemacht, FIFA 17 News Gamescom. Ich hoffe, das habt ihr alle gesehen, wenn ihr jetzt hier dabei seid. Und zwar bin ich ja schon am Dienstag eingeladen worden von EA bei dem Grand Opening oder so heißt das. Da steht EA der Presse und was weiß ich, wer da alles sein wird, alle YouTuber, Presseleute und was weiß ich, stellen die die neuen Spiele vor. Da gehört zu Titanfall, Battlefield 1, dann natürlich FIFA 17 und ich weiß nicht, was sie sonst noch so dabei haben. Aber auf jeden Fall bin ich auf diesem Grand Opening dabei. Das ist mein erstes Mal. Ich freue mich extrem drauf und habe auch schon abgeklärt, dass ich den Badeschlappen Let's Play dort treffe. Also den Lukas und den Kevin von den Hamburger Youngsters, den werde ich da treffen. Also wir werden da auf jeden Fall vor Ort sein. Ich habe ein Hands-on-Event dort gebucht. Das heißt, ich werde dann FIFA vorgeführt bekommen, gehe ich mal von aus, kann dem Entwickler Fragen stellen. Und da konntet ihr mir ja in dem einen Video schon ein paar Fragen stellen, die ich für euch dort halt mal an die Entwickler weiterreichen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das Event wird. Das geht am Dienstag um 18 Uhr los und geht dann bis spätabends, gehe ich mal von aus. Also da bin ich sehr gespannt drauf, freue mich auf jeden Fall und hoffe, dass ich euch da auch noch ein bisschen was hinter den Kulissen so zeigen kann. Dann startet am Mittwoch die Gamescom ja offiziell für Fachbesucher. Da habe ich keine Karte für. Ich werde nur am Sonntag da sein, aber dazu später mehr. Ich will euch jetzt nur mal kurz so sagen, mein Netzwerk, also Athletia Sports, die ja zu Mediagraft irgendwie gehören, hat mich auch schon angefragt, ob ich einen Fachbesucherausweis haben will. Und da ich ja hauptsächlich arbeite, ganz normal einen Job habe, hatte ich dann auch schon gesagt, ja Leute, in der Woche wird es bei mir sowieso nichts, da hinzugehen. Und dann haben die mir auch schon gesagt, ja, ist sowieso zur Zeit oder dieses Jahr ist es sowieso schon schwer geworden, einen Fachbesucherausweis zu bekommen. Da musst du schon 100.000 Abonnenten so ungefähr haben. Da musst du schon richtig gute Abonnentenzahl haben, um da ranzukommen und das dann irgendwie zu bekommen. Ich weiß nicht, wie da die Kriterien sind und ob ich dann am Ende noch welche bekommen hätte oder nicht. Aber ich wollte jeweils gar keine haben. Jetzt habe ich am Ende doch Urlaub in der Zeit und hätte theoretisch in der Woche hingehen können. Ist jetzt aber auch egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall für Sonntag eine Karte. Wird also Sonntag dann da sein. Und ja, ansonsten werde ich dann in der Woche jetzt mal gucken, was da so nebenbei los ist. Ich versuche auch Videos zu machen in der Zeit, wo ich frei habe, aber ich habe auch Urlaub und man kann es auch sein, dass es ein bisschen weniger wird. Aber ich will gucken, dass ich halt maximal von dem, was ich auf der Gamescom erlebe, für euch auf meinem Kanal präsentieren kann. Vor allen Dingen halt das FIFA 17 Ankündigungs-News-Video, was ich dann da machen will. Das ist mir sehr wichtig, dass ihr da auf dem Laufenden bleibt und ich da meine Eindrücke sagen kann. Bevor ich jetzt das Thema wechseln von der Gamescom wegkomme, will ich noch sagen, Sonntag ist das Abonnententreffen. Wer mich treffen will, falls es da jemanden draußen gibt von euch und der mich treffen will und hier so eine von meinen Raritäten, raren Autogrammkarten abhaben will, hier übrigens noch von 2014 eine Unterschrift drauf, die ich nicht losgeworden bin. Aber wenn da noch einige von euch Modern Consumer da draußen sind, die mich treffen wollen, am Sonntag machen wir ein Treffen auf der Gamescom, wie immer zwischen Halle 5 und Halle 6 wird das sein. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ab 14 Uhr werde ich da draußen stehen spätestens und dann könnt ihr mich da antreiben. Ich bin locker zwischen 2 und 3 Uhr auf jeden Fall da, je nachdem wie viele Abonnenten da sind. Wenn keiner da ist, würde ich dann auch mal irgendwann gehen. Aber kommt ab 2 einfach gerne dahin. Ich weiß nicht, wann andere so ihr Abo treffen machen, dass sich das nicht überschneidet oder so, aber das kriegt man am Ende eh nicht hin. Also zwischen 2 und 3 werdet ihr mich da mitten auf dem Platz anfinden, zwischen Halle 5 und Halle 6. Ich versuche es hier vielleicht nochmal einzublenden und schreibt es vielleicht auch nochmal in die Beschreibung rein. Und auf meine Homepage schreibe ich es auch nochmal auf modernconsumer.de. Die Seite habe ich übrigens aktuell wieder ein bisschen aktualisiert. Da könnt ihr auch nochmal gucken, falls ihr es vergessen habt, wo das Ganze ist, dass ihr dann nochmal schnell nachschauen könnt. Ich werde euch bei Instagram und bei Twitter und bei Facebook auf einem Laufenden halten. Da werde ich das auch nochmal posten, je nachdem, damit ihr wirklich dann auch nichts verpassen könnt. Ja, dann kommen wir jetzt noch zu dem geilsten Thema, was mich auf jeden Fall am meisten so freut, muss ich sagen. Und das findet an diesem Samstag statt. Und zwar ist da ein Event von meinem Kanal, nicht von meinem Kanal, von meinem Netzwerk aus, also Athletia Sports. Die machen ein Event mit ihren YouTubern, mit allen, wollen halt mit allen Netzwerkpartnern machen. Und ich muss jetzt mal ganz kurz linsen. Auf jeden Fall sind 25 Kanäle da und das sind 30 Leute, dazu gehören hier die Free Kickers, Browns, FIFA Golds United, der Hansus, da freue ich mich mal drauf, den kennenzulernen, Real FIFA und FIFA Gaming. Die sind auf jeden Fall alle da und ich bin auch am Start. Und wir treffen uns da auf dem Fußballplatz. Und das wird so ein Event sein, was wir den ganzen Nachmittag laufen lassen. Wir werden so Real-Life-Videos da machen und Challenges. Mal schauen, was da so passiert und wie sympathisch für uns alle sind, was da so abläuft. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall bei mir auf dem Kanal und auch bei den anderen mit Sicherheit, die ich jetzt so genannt habe, über Content freuen, weil da wird bestimmt einiges passieren. Und ich hoffe und denke mal, das wird sehr lustig werden. Für viele ist das wahrscheinlich ein bisschen doof, weil das der Gamescom Samstag ist. Und ich hoffe, dass die sich alle so ein bisschen Zeit nehmen dafür. Ich gehe ja eh nicht hin und hoffe einfach, dass wir da zusammen eine schöne Zeit haben und für euch guten Content da produzieren können. Also ich habe da extrem Bock drauf. Ich werde die Kamera hoffentlich die ganze Zeit laufen lassen und euch Videos davon rauskloppen. Keine Ahnung. Oder ein gutes Video oder mehrere sehr gute Videos. Je nachdem. Also ich hoffe, ihr freut euch da drauf, wenn sich halt mal mehrere YouTuber da treffen. Und das ist halt die geile Zeit, in dieser Gamescom-Zeit, dass man da sowas machen kann. Und ich freue mich einfach, dass ich auch dabei sein kann und bin auf euer Feedback dann sehr gespannt. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es jetzt gehört. Das ist also einiges, was jetzt ansteht. Dienstag das Event, Samstag und Sonntag. Und da wird natürlich jetzt nicht so viel Zeit bleiben, um zwischendurch noch Content zu bringen. Wahrscheinlich mal in die Let's Plays. Da muss ich mal gucken, dass das dann in der nächsten Woche weitergeht. Aber ich gucke, wenn ich Zeit habe, dass ich dann euch was zeigen kann. Und ansonsten müsst ihr jetzt ein bisschen Geduld haben. Und dann kommt direkt nach der Gamescom auf jeden Fall einiges raus, was hier so passiert ist. Und für mich ist am wichtigsten, dass dieses FIFA 17 Video von der Gamescom an sich dann kommt. Und ich hoffe, ihr werdet da viel Spaß mit haben. Also bleibt da am Ball. Schaut immer mal wieder rein bei meinem Kanal, dass ihr nichts verpasst. Und wie gesagt, modernconsumer.de ist jetzt auch wieder aktualisiert so ein bisschen, damit das nicht mehr so uralt alles ist. Und ich freue mich auf euch. Ich hoffe, wir sehen uns dann zahlreich auf der Gamescom. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr da sein werdet. Könnt mir auch gerne eine persönliche Nachricht schreiben bei Facebook. Das lese ich dann alles und versuche auch bis dahin noch zu beantworten. Falls euch da noch spezielle Sachen einfallen oder sowas zur Gamescom Sonntag. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und wir uns kennenlernen und uns noch ein bisschen austauschen, wie ihr so FIFA 17 findet. Dass wir da vielleicht auch nochmal ein Video zusammen machen. In diesem Sinne macht's gut. Bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Sonntag, 14 Uhr zwischen Halle 5 und Halle 6 auf der Gamescom. Ja, und wer Bock hat auf ein weiteres Video von mir, der kann natürlich gerne ein Abo dalassen oder hier unten einmal in die Links reinschauen, die ich euch hier hinmache. Die Videos einfach mal reinschauen, falls ihr das verpasst haben solltet. Bis dann, wir sehen uns beim nächsten Mal.